Herzlich Willkommen zurück, mein Name ist Christian. Trotz aller momentanen Marktrisiken, Immobilienstress in China, Tapering, Inflation, gestörte Lieferketten weltweit und so weiter. Ich habe kurzfristig vorgestern und letzte Woche Donnerstag mehr oder weniger prognosefrei 10.000 Euro in zwei Dividenden ETFs investiert. Wichtig, alles Weitere ist keine Anlageberatung. Ich verzichte auf eine Begründung, warum ich trotz Risiken bis Jahresende von steigenden Kursen ausgehe. Meine Begründung könnte noch so glaubhaft und schlüssig sein, am Ende kann es doch ganz anders kommen. Und wir sehen morgen schon eine Korrektur oder sogar einen Börsencrash. Wenn du langfristig souverän investierst, spielt es eh keine Rolle, ob ich mit meiner angenommenen Jahresendrallye recht behalte oder nicht. Eigentlich sollten wir auch eher täglich jeden Tag für einen ordentlichen Börsencrash auch beten, um dann für längere Zeit günstig Aktien und ETFs nachkaufen zu können. Viele Unternehmen gingen dann wahrscheinlich in der Krise pleite, vielleicht ganze Branchen. Aber nach der Korrektur wird die Weltwirtschaft insgesamt stärker und stabiler sein als vorher. Meine heimliche kurzfristige These lautet aber für diesen November und Dezember, es kommt zu steigenden Aktienkursen bis rein ins Jahr 2022. Langfristig bin ich ohnehin tief davon überzeugt, dass Aktien im 21. Jahrhundert richtig sauteuer werden. Nicht nur, weil sich die Produktivität in den Unternehmen weltweit jeden Tag verbessert. Die sicherste Anlageform, die es je geben wird, ist, sich die Ultrastabilität der gesamten Weltwirtschaft ins Depot zu bauen, inklusiv solider Investitionsrücklage für Krisen. Die Weltwirtschaft als Ganzes wird niemals pleite gehen und wird sich nach jeder Krise noch stabiler entfalten. Hinweg über zwei Weltkriege und die übelsten Krisen und Wirtschaftseinbrüche. Erhältst du nur allein durch Buy and Hold der Weltwirtschaft risikolos stabile 7% jährlich. Der kleine Trick dabei, nicht im Crash verkaufen, sondern im Crash natürlich wie blöd antizyklisch noch nachkaufen. Extrem günstige Produkte, um die Welt AG souverän abzubilden, die gibt es erst seit einigen Jahren. Wenn sich das bei den bildungsfernen Menschen und Regierungen in Sachen Finanzen und Investments erstmal rumspricht, werden Aktien richtig teuer werden. Zurück zum Thema. Unter der Voraussetzung, dass ich immer noch mindestens 10% Cash brav auf einem Tagesgeldkonto als Kriegskasse halte, sieht meine Herbstoffensive dieses Jahr so aus. Meine Investitionsrücklage, Investitionsrücklage ist einfach nur ein anderes Wort für Kriegskasse. Also meine Investitionsrücklage wurde letzte Woche zum 6.10. um 8.000 Euro und Anfang dieser Woche nochmal um 2.000 Euro reduziert. Investiert wurde das Kapital in zwei ETFs für globale Dividendentitel. Insgesamt wurden 8.000 Euro der Kriegskasse entnommen und am Markt investiert in den Vanguard FGSE All World High Dividend ETF. Und 2.500 Euro wurden in den iShare Stock Global Select Dividend 100 ETF von BlackRock investiert. Beide ETFs schauen wir uns gleich gesondert an. Gut, meine zusätzliche Herbstinvestition fließt also in zwei Dividenden-ETFs. So geil Dividenden auch sind, denk aber daran, allein relevant bei Dividenden ist für uns Investoren die Gesamtrendite. Also Kurs, Performance plus Dividendenertrag. Einige der weltweit geilsten Unternehmen der vergangenen 30, sogar 40 Jahre haben noch nie eine Dividende gezahlt oder werden erst nach Jahrzehnten großartiger Kursgewinne damit beginnen. Amazon, Alphabet, Facebook, Berkshire Hathaway, Apple, Microsoft, Nvidia. Also diese Tech-Werte auch niemals vernachlässigen im Depot. In den vergangenen 10 Jahren brachte ein Dividenden-Fokus auch keinen besonders attraktiven Depotertrag. Und im Schnitt brechen Dividendenaktien in einem Crash auch genauso tief ein wie der Gesamtmarkt. Jetzt aktuell im Herbst 2021 halte ich es aber für sinnvoll, neben meinen vielen US-Tech-Werten in meinem Depot etwas mehr globales Value einzukaufen. Warum investiere ich überhaupt aktuell in Dividenden-ETFs? Ich hätte doch auch mein Depot weiter ans Global Portfolio One anpassen können oder einfach regulär meine 5-6 ETF-Sparpläne verstärkt, darin verstärkt investieren können. Grund 1, insgesamt möchte ich meine jährliche Dividendenrendite im Portfolio etwas erhöhen. 1,3% ist mir etwas mager. Ich werde schon bald 40, sodass meine Depot ruhig 1,5-1,7% Dividendenrendite vertragen kann. Meine 5-6 regulären ETF-Sparpläne werde ich begleitend zusätzlich im Oktober ausführen mit frischem Geld aus der normalen monatischen Sparrate. Ein weiterer Grund für mich ist aktuell, warum ich weltweit nochmal eine größere Position in Aktien mit hoher Dividendenrendite investiere, ist, dass ich langsam zu den Investoren gehöre, die immer auch laufende Erträge suchen, ohne dabei unbedingt Wertpapiere verkaufen zu müssen. Mein monatliches Gehalt ist in meinem Beruf nicht verhandelbar. Wenn ich also meinen unmittelbaren Cashflow erhöhen möchte, dann bin ich auf die Erhöhung weiterer Einkommensquellen von mir angewiesen. Und eine gute Möglichkeit dazu sind nun mal Dividendentitel. Einmal breit global investiert und du erzielst über Generationen passiv laufende Erträge. Weiterhin verbinde ich mit soliden Dividendenwerten auch Value und Quality. Und im Vergleich zu Big Tech und Wachstumswerten sind meines Erachtens Dividendenwerte noch nicht zu teuer. Besonders vor dem Hintergrund einer vielleicht noch eher länger andauernden weltweit erhöhten Inflation und auch in Zeiten niedriger Zinsen. Meine Investition jetzt in 10.000 Euro in Dividendentitel führt auch dazu, meine Tech-Dominanz im Depot etwas zu reduzieren. Grundsätzlich werden Dividenden insbesondere von profitablen und wirtschaftlich starken Unternehmen ausgeschüttet. Ich vermute, Value-Werte werden zukünftig auch wieder mehr gefragt werden. Zur Abgrenzung. Technologiewerte und Zukunftswerte im Depot sind mindestens genauso wichtig. Aktien mit hoher Dividendenrendite würde ich in meinem Depot daher nicht übergewichten. Ebenso wenig, wie ich reine Wachstumswerte übergewichten würde. Okay, schauen wir uns meine Investition in den Vanguard FTSE All World High Dividend mal genauer an. Der zugrunde liegende Index umfasst sowohl große und mittelgroße Unternehmen aus Industriestaaten als auch aus den Emerging Markets. Die eine überdurchschnittliche Dividende zahlen. Einzig Immobiliengesellschaften sind von dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Eine Besonderheit des ETFs, des Vanguard ETFs ist die Anzahl der Einzelwerte. Aktuell befinden sich ca. 1600 Unternehmen in dem ETF. Die Dividendenerträge werden quartalsweise ausgeschüttet, regulär im März, Juni, September und Dezember. Alle Wertpapiere werden physisch erworben. Die Fondsgröße überläuft sich aktuell auf 1,9 Milliarden US-Dollar. Die Ertragsrendite beträgt ungefähr 3,x Prozent jährlich. Zur Aufschlüsselung der Positionen fliegen wir mal kurz über die größten Positionen im ETF. Habe ich das hier angemacht? Ja, habe ich. Gut. Taiwan Semiconductor, JP Morgan Chase, Johnson & Johnson, Nestle, Home Depot, Procter & Gamble, Bank of America, Samsung, Roche, Pfizer, Cisco, Exxon, Mobile, Verizon, Coca-Cola, Intel, PepsiCo, Toyota, AppV, Broadcom, Movatus, AT&T, Merck, Chevron, AstraZeneca, McDonald's, Texas Instrument, Philip Morris, Bristol Myers. Was haben hier noch? Bekannte. Unilever, Blackrock, Riton Technologies, Siemens, Caterpillar, CVS Health, 3M, Allianz, Altria, Gilead, Lockheed Martin. Saugeile Unternehmen dabei. Das waren nur die größten von 1.600 Top-Unternehmen. Ich liebe diesen ETF. Ein geiles Teil. Du hast auch gesehen, einige Dividenden-Aristokraten sind dabei. Zum Beispiel Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Nestle, Roche, Coca-Cola und PepsiCo. Ein Dividenden-Aristokrat ist ein Unternehmen, welches seine Dividende über mindestens 25 Jahre hinweg erhöht hat. Nochmal zurück zum ETF. Die größten 10 Positionen machen ca. 15% des Portfolio-Wertes aus. Okay, meine zweite Investition wurde in den iShare Stock Global Select Dividend 100 ETF von Blackrock investiert. Das ist nebenbei auch der größte Indexfonds, der sich auf dividendenstarke Unternehmen fokussiert. Die Ausschüttungsrendite lag in der Vergangenheit jährlich sogar ca. 1% höher als beim Vanguard All World High Dividend. Und seit Auflage des ETFs 2009 ist die Höhe der Ausschüttungen jedes Jahr um durchschnittlich 4,25% gewachsen. Die Prognose zur Ausschüttungsrendite für 2021 liegt bei 3,75%. 2019 lag die Dividendenrendite noch bei 4,78%. Der ETF wird ebenfalls physisch repliziert und bietet direkten Zugang zu aktuell 109 Unternehmen mit hoher Dividendenausschüttung. Dabei sind Unternehmen aus Europa und aus Nordamerika und dem entwickelten Asia-Pazifik-Raum. Schwellenländer sind nicht im Index. Der Stock Global Select schüttet vierteljährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der ETF immer in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober ausschütten. Die unterschiedliche Ausschüttungssymbiose passt auch sehr gut zum Vanguard-Produkt. Mit beiden ETFs erhältst du also 8 Mal in 8 verschiedenen Monaten Ertragsausschüttungen. Wichtig bei der Auswahl der Unternehmen. Der ETF enthält ausschließlich Unternehmen, deren Dividende je Aktie in den vergangenen 5 Jahren nicht gesunken ist und deren Dividende zum Gewinn je Aktie weniger oder gleich 60% beträgt. Die 60%-Marke bezieht sich auf Europa und Nordamerika. Im Asia-Pazifik-Raum darf die Ausschüttung bis zu 80% des Gewinns betragen. Die enthaltenen Werte werden jährlich geprüft und der ETF wird jährlich neu zusammengestellt. Okay, das war meine Sonderherbstinvestition. Globale Dividenden-ETFs und Dividendentitel gerne im Portfolio berücksichtigen, aber nicht übertreiben. Lass mich einen wichtigen Satz am Ende nochmal wiederholen. Bitte grundsätzlich keine Übergewichtung von Aktien mit hoher Dividendenrendite. So mega nice regelmäßige Dividendenzahlungen auch sind, bei Aktien und natürlich auch bei Aktien im ETF-Mantel, zählt für uns Investoren die Gesamtperformance und einige der weltweit besten Unternehmen in den vergangenen 40 Jahren haben noch nie die Winende gezahlt oder fangen erst langsam damit an, Apple, Microsoft. Diese Unternehmen nicht vernachlässigen. Herzlichen Dank dir fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, sei so lieb, dass gerne noch ein Like da, abonnier gerne den Kanal. Zukünftig bleibe ich jedes Jahr, soweit es mir möglich ist, eine kleine Sonderinvestition, eine kleine Herbstinvestition. Dieses Jahr war ich etwas früh dran im Oktober. Der Oktober kann noch stürmisch werden. Statistisch sind aber spätestens die Monate November und Dezember gute Börsenmonate. Schreib mir Fragen, Anregungen, Wünsche gerne in die Kommentare. Danke dir nochmal fürs Zuschauen. Bleib investiert. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.